Moin Leute und Herzlich Willkommen zu meinem Jaxen Kanal Ja Leute, heute bin ich mein Gefährte, dass ihr sehen könnt, Leute, ich habe einen HD-Skin Aber eigentlich glaube ich, wenn ihr im Hintergrund sehen könnt, Leute, ja, ist das mir nicht so ganz gelungen, ja, weil ich bin jetzt da noch überall Ja Leute, ich wollte mich an der HD-Skin machen, Leute, ich habe es versucht mit BHC, halt da wollen jetzt, dass ich erstmal Geld aufzugehe, um meinen eigenen HD-Skin hochzuladen, ja Äh, deshalb habe ich das mit einem Mod jetzt gemacht, Leute, ja, bei der Mod, sehe ich so aus, wie ich es sehen will, habe keinen Cape Und jeder Spieler ist halt einmal ich, guck mal, das Rambuschnitte, der Digga, selbst die ganzen NPCs sind da einmal eh, geil Ich hoffe heute mal, dass ich nicht gebannt werde, Leute, weil ich nämlich gerade mit einer Mod spiele Aber ich denke mal, da sollte nichts passieren Ja, guck mal, Rambuschnitte, Digga, so richtig und weich, halt, die Rambuschnitte, ey Okay, pushen, pushen, pushen Guck mal, Rambuschnitte, richtig schlecht Ja, ja, okay Oh, Digga, Rambuschnitte, ich ist gefetzt, Alter, so ein Nub Äh, ey, wieso seid ihr nicht ich? Hallo? Digga, einmal Rambuschnitte, einmal rausgeworfen, hier ist jetzt noch ganz und gar nicht Weiß, grau Also hat es ein blaues Bett an der Pusten Da ist blau, ich hoffe mal, dass, ähm, ich das Bett nicht mit, ob es zieht, ja, oder so, was ich sage, habe Oh, man, diese Wissen sind einmal so schlecht Hier ist blau, Leute Hier hat ein blaues Bett noch dahinten sein Auf jeden Fall wird mein Bett safe auch gleich weg sein Ja, mein Bett wird gleich super von weg sein Okay, wir müssen aber fix noch sein Bett noch schnell abbauen Ja, Falle ausgelöst, schön Komm, 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 komm Jetzt muss er auch runter springen Ist er auch noch gesprungen? Nee Okay, Leute, welche Rambuschnitte ist die bessere? Oh Hallo, ich Naja, ist doch irgendwie lag der Hallo Goldäpfel, Goldäpfel Goldäpfel essen Ich habe ihn Ich habe mich selber gekillt Geil Okay, warte, ich brauche noch ein bisschen Wolle und danach wieder ab zu, äh, der anderen Schnitte Was macht der Digga? Will ich jetzt noch dir fürs Dumpen holen? Nee, das kann ich ja vergessen Nicht mit mir Weil alle Angst aus einem Feuerball Wie, äh, wow Ja, guck mal, Leute, ich kenne mich Ich weiß, was ich machen würde, wenn nicht ich Äh, okay, ich glaube, ich lasse das Das ist ja eine Näm-Technik Oh, komm schon, wo ist er? Doch, da war es ein Näm-Technik Okay, komm, warte Warte, warte Ja, 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 ja Und Nicht geworden Mist Oh, Mist, Leute, okay, warte mal Wir, wir gehen dann einmal kurz mal zu Pink Ich hole mir jetzt noch einen Feuerball Der hat zu uns zwei Leute Leute, er ist uns sichtbar Oh, Mist, hier ist er Man sieht da einen Schwertkollegen, ne? Ah Willkommen schon, Leute Für den Ruf der richtigen Rambuschnitte Nicht so ein Fake-Ding von Wish, ey Wie das Linken da rumsteht Oh, shit, Digga Der geht aber ab Digga, warum lag das? Ich kann wie zu laggen Was war denn das gerade? Okay, ihn hat Er hat mich gekillt Ich ihn, aber wieso laggen? Die so auf einmal herum Ja, ja, komm her, Digga Auch mit lags Äh, kill ich dich Okay Wer ist das schlau von dir? Hä, Digga, das schon gerade Er kommt durch, ne? Weil er gerade so übel Krass rumlag Oh, Digga Tschl, 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 tschl Ja So Ich hab gesehen, dass du ein Goldabfaller bist Okay, nice Nein, nein, nein Okay, Leute Ganz schnell ist das Beta-Barbon hier Es ist da, es ist da Nein Hey So, jetzt reißen wir, Digga Hast du gedacht Du kannst mit Kutschen Boah Hat der Tabakki mir was in der Hand gehabt? Ist das echt Boah Okay, komm, Digga Aber erst Mir hat der Rambuschnitte Und was Sind das Hurennähe Krank Hashtag 7, 8 7, 4, 2 Hab ich sowas auch? Wie soll er das aber ich nicht, Digga Oh, das Digga Das gibt's nicht Ey, Digga Ich hasse es Wenn man so was passiert Das Das ist so ein dummer Tod All einfach So unnötig Komm Ja Boah, Digga Übelst die krasse Kombo, Digga Neue Montage Ja, er ist auch so gestorben, Digga Ja, es sind die schlimmsten Türen Wenn du einfach nur läufst Und auf einmal ist da so ein Loch Ja, da kommst du nicht hoch, ne? Ja, die Taktik ist übelst krass Ja, ja, ja Komm her Ja, komm, die ganze Welt Aufsteht Grafite machen Ja, es ist die richtige Rambuschnitte Er hat das Grafite nicht gemacht Digga Der Typ legt so herum Ach, ihr holt sich doch nicht nach oben, ey Ach, ne, kommt, Digga Ich nenne mir die Diasen auf Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht Nein Digga Das wagt er nicht, das wagt er nicht Er wagt es Das Original zu zerstören Alles klar, Digga So, Rüstung W decorative Das Komm, hier, Digga War dann noch kaum Oh, er wollte gerade noch einen Block kam mir abbauen, Digga Er hätte das doch geschafft Er war dann das dümmste Tod In allen meinen VHS Mann, Fitness Das kommt mehr, Digga Ihr这里ird doch kein Fitness, weil ich noch zu beibeleucht bin aber na ja geil okay wieder map apollo dabei kommen jetzt muss noch mal gewinnen digga wieso guck ich eigentlich immer so traurig guck euch mal diese süßen augen mal an leute da wieder schon meiner mitleid ja ich hab schiff losgelassen digga bin ich eigentlich komplett okay grün versus blau digga komm her legt bei mir bei ihm oder der komplette server ich hasse es wenn wenn du das immer so komisch ich hasse es anwende spieler springen dabei immer so vor ein baum und deswegen ja ich hasse es wenn leute das bei mir machen so gar nicht nur den gefühlt digga er sei noch mein führt digga haben wir schnell beschützt mich da habe geweckt war eine dia's ja komm 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 ja w tappen heißt man digga also mit w tappen holt da bin ich auch in der fahrer pro ja komm doch mal rein ho 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 leute digga er hat sich gerade selber eliminiert ne geil ich weiß schon gar nicht was abgeht digga you have boost me to your bed boah das war blau oh i mean blue digga er zu anderen leuten noch beschuldigen mit reinziehen lma was ist das eigentlich lma oh der weiß bis heute nicht boah so konfessig glaube ich war irgendwie ganz so verwirrt oder so ah du gelbe schnitte wow digga lol digga auf die er zwei blöcke ist noch drauf angekommen ja ähm es ist die dauert sogar zu unserem bett abzubauen ach so ja die palle drin ok komm 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 ja gegen w tapp meister kann keiner was ausrichten ok leute wir haben nur noch rotes ding ja rot wurde kick wegen afka komm leute das diese runde gewinnen doch jetzt nochmal locker easy lemon squeezy i think so easy ok leute wir pushen uns alle mal weiß und ich hoffe dass er kein endstein oder sowas hat ne äh warte mal rot und das ist grau hä ah ne grün ist dahinten der bin ja komplett los aber wenn ich schon mal hier bin leute dann gleich mal zu den MRLs oh shit digga ja wir haben beide Feuerbälle ja da guckst du ne ich bin du und du bist ich das ist ein bisschen komisch ne wow was hat das jetzt gemacht wrong go doppel ne so ähm ja eine schnitte für alle alle schnitten für alle digga wenn er nach wüsst wie er bei mir aussieht ne digga er würde das glaube ich auch sowas dann abweilen ok leute sollen nur ob ich kaufen oder nicht ich weiß nicht heute ich glaube ich meine es mal was ganz dummes was typisch so Rambo wäre ja ruhig zum kaufen so richtig dumm ist das Rambo so viel will ne ok digga weiß willst du wissen weiß willst du anderen nur wissen Mist oh nein 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 Mist ey geh weg nein komm nein 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 ey das gibt's nicht oder das gibt's nicht komm her nein nein war echt nur Spaßkollege nein 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 nehm ich alles ah gg digga ich bin manchmal so kurz vom gewinnen und dann du es sich halt immer noch ab der Hauptgrund war warum verliere Leute springen die Leute springen runter zu mir ne und ich krieg den noch weg aber ich kann ja nicht hitten ne das ist alter Hauptgrund wieso ich nicht gewinne so pink moin moin ok sollte jetzt was gebracht haben wie wenigen Typen muss ich mir jetzt mal noch wirklich auf mich alt da hinten dass ich den Tower da verbaut habe da komm ich gleich von oben oder macht er halt dasselbe Spiel noch mal geh weg da nein nein hast du davon oh shit digga geil ach komm schon hallo hier stehe ich aus das wollte das war ich nicht beim Plan aber egal haben wir ihn trotzdem ok warte mal ich muss ihn hier nochmal einmal können und dann müssen wir ganz schnell hinter unserem Bett mit dem Feuerball nochmal abschießen oh nice ok ganz schnell ganz schnell ganz schnell ok mein Bett erstmal abschießen das war so dämlich ja Leute ich habe euch ein Video gefallen nochmal grüße gehen raus an alle Rambo-Stützen die hier sind Leute ja finde ich auf jeden Fall mega mega nice wie ich sagte mich heute als ich jetzt deswegen nicht gebannt werde deshalb wäre ich das Modell nie wieder spielen aber ich fand es einmal lustig Leute aber ja solltest du es heute neu sein und dir gefällt mein Content kannst du natürlich noch gerne kostenlosen Abo lassen gerne noch die Glocke um keine Verdachtung zu verpassen wenn dir ein Video gefallen hat kannst du natürlich auch gerne auch ein Like da das würde mich sehr, sehr freuen und ich fand noch einen schönen Tag bleibt gesund ciao